Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Ganschott, und ich habe eine kleine Neuigkeit für euch. Ihr wisst ja bereits, dass wir wieder loslegen und, ja, noch ein bisschen warten müssen, gerade wegen den anderen Spielen und so, was ich bereits vorhabe. Aber ich habe gesagt, da kommen zwischendurch noch ein paar kleine Snacks. Da ist mir dann auch direkt eine Idee gekommen, meine Freunde. Wir bereiten das mal kurz vor. Aber... Und um welches Spiel dreht es sich nun? Ihr könnt das bestimmt erraten. Die Maske ist jetzt nicht so die High-Quality-Maske. Er hat eine bessere, weil er aber auch super finanziert wird. Ich habe hier bloß dieses kleine Ding genommen, aber es reicht aus. Um welches Spiel geht es, meine Freunde? Genau, um Star Wars Battlefront 2. Und ich glaube, ich nehme die Maske mal wieder ab, wenn das geht. Den 25.07. Da geht's los. Da werde ich Star Wars Battlefront 2, die Kampagne, die werde ich dort spielen. Und das auch live auf Twitch streamen. Auf dem Twitch-Kanal SGT Gunshot-Unterstrich. Also Sergeant Gunshot, wie ihr das im Endeffekt hier auch bei YouTube könnt. Ansonsten ist das Ding auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und oben rechts in meinem Banner müsste das auch drin sein. Um 18 Uhr soll das Ganze dann auch losgehen. Und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Wie gesagt, einmal bei Twitch mit reinschauen. Natürlich nehme ich das Ganze auch noch auf und werde das auch für YouTube schneiden. Also jeder, der da keine Zeit hat oder das verpasst oder was auch immer. Ihr könnt das hier schön noch bei YouTube sehen. Ich werde das wieder in schöne Parts packen, dass ihr euch das angenehm angucken könnt. Und auf jeden Fall wird es übelst Bock machen, weil die Story, die ist ja eigentlich echt gelungen bei dem Spiel. Ja, das mit den Lootboxen etc. Bei Multiplayer eher weniger. Aber jeder, der Star Wars-Fan ist, genauso wie ich, muss sich das Spiel angucken. Und da ich jetzt endlich die Zeit habe, machen wir das, meine Freunde. Und dann legen wir mit den Ideen ein bisschen los, nicht wahr? Oder erst mal mit der dunklen Seite. Ja, das müssen wir dann gucken, wie wir die Welterschaft an uns reißen, meine Freunde. Hahaha. Am 25.7.18 Uhr seid auf meinem Twitch-Kanal, wenn ihr Bock und Zeit dazu habt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid, meine Freunde. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag und eine angenehme Restwoche, falls man sich nicht mehr sieht. Meine Freunde, abgegrüßt, euer Ganschat. Fashion Contest. I feel icky, I feel icky, I feel sad. I feel icky, 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 I